Hi, willkommen zurück bei DGV, ich bin euer Doomsday, willkommen zurück zu Ori and the Blind Forest, eventuell sogar schon das Finale. Wir haben uns letztens ein bisschen hochgekämpft und sind jetzt im Horu-Berg, wo es wahrscheinlich auch zum Ende geht, zum großen Finale. Also, schauen wir mal, wie es hier weitergeht. So, nach rechts sieht es nicht so gut aus. Aua! Oh. Da sollte man anscheinend nicht zu lange drauf stehen bleiben, okay. Okay, dann, geht nur nach oben. Das ist ja frech hier. Ei, ei, ei. Oh. Okay, wie komme ich nicht lang? Das heißt, wo dann lang? Ah, hab ich verpasst. Ich kann diese Lava von denen nicht benutzen, um mich hoch. Ne, das geht bei denen nicht. Au. Hä, übersehe ich hier gerade irgendwas? Oh, okay. Ups, nein. Ich will nicht raus. Zurück. Oh, ich kann ihn, ihn kann ich benutzen. Aber das bringt mich nicht weit genug hoch. Moment mal. Hä? Das gibt ja null Sinn hier. Oh, ich bin so dumm. Ich bin so dumm. Ich habe die ganze Weile nicht mehr gespielt. Wir haben auch noch einen Supersprung. Sorry, ich war Brain-Avka. Äh, geh mal da hin. Da ist auf jeden Fall falsch, oder? Ja. Muss ich hoch? Okay. Jetzt habe ich den großen Kerler gerade aussehen kaputt gemacht. Ich hoffe, der sporkt schnell wieder. Ist er da? Nein. Das heißt, wir gehen nochmal ganz runter. Ach, verdammt. Das heißt, der Berg könnte zu vielen Toten führen. Ach, kommt. Ey, Jungs. Macht doch mal nicht so Stress hier. Geht doch nicht schon wieder kaputt. Ich werde erstmal speichern. Ich habe schon wieder nur noch drei Lebenspunkte. Ey, wie soll ich denn hier durchkommen? Hier ist Aua. Ah, das war da. Okay. Gott, wo sind denn das hier noch? Ah, wo lang? Da lang. Hier lang? Ach komm. Ich habe die doch gar nicht berührt. Wir haben sich gespaltet, als er weg war. Ich glaube, wir haben ein neues, schlimmes Gebiet im Vergleich zum... ...Nebelforst. Ey, Leute. Ihr nervt. Hallo. Schießen. Aber nach rechts komme ich anscheinend auch noch nicht. So muss man hier lang. Weil es auch schlecht ist. Soll es denn lang gehen? Komm ich da auch nicht lang, oder? Nö. Hä? Ich check das. Ach, da geht es noch weiter nach oben. Sehe ich gerade. Oh, Gott. Ihr seid ganz schön verrückt hier. Oh, hier haben wir einen Kartenstein. Aber wir haben leider keinen. Ich habe das vergessen. Ganz wichtig. Das war gemein. Gut, dass ich gespeichert habe. Das war gemein. Ist gut jetzt. Kannst aufhören zu schießen. So, nach links geht nicht. Also hoffe ich mal, dass rechts der richtige Weg ist. Da oben haben wir wieder einen... Für was ist er denn gut? Hat der was gebracht? Nö. Keine Ahnung, was der mir bringen soll. Hm. Ich geh mal hier rein. Sie folgen mir. Jetzt sind sie getrennt. So, und hier? Blau hat der nächste Tod. Wow. Wie viel haben wir eigentlich schon? 170. Und uns fehlen noch zwei Fähigkeiten. Scheinbar. Echt? Okay, vielleicht ist es auch optional. Ah, ich geh ganz nach rechts. Ah. Ah. Kommt das jetzt runter? Okay. Da ist noch eins. Das ist ganz gemein. Okay. Ah, geschafft. Easy. Okay. Uri, dieser Fels scheint instabiert zu sein. Durch mein Licht können wir sie vielleicht nutzen, um das Ausbreiten der Lava aufzuhalten. Okay. Und dadurch öffnen sich jetzt die anderen Wege in der anderen Halle, oder wie? Oh ja. Ah, ich verstehe das Prinzip hier. Okay. Guck mal da. Das nehmen wir doch gerne mit. Oh oh. Darum schiebst du nicht weiter? Du Böser. Fahrstuhl, komm mal runter. Danke. 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 Ich hab nur noch einen Treffer und ich bin down. Ah gut, die ist Heilung. Gott sei Dank. Was ist das hier? Markierung. Okay. Ja, und ich wissen, wo es jetzt aufgegangen ist, weil das wird nicht angezeigt. Oh, ich glaube irgendwo unten. Ah, hier. Okay. Gleich speichern. Oh, guck mal. Hier sind die Lina, ne? Ah, okay. Hier muss ich Gegner besiegen, um die Türen aufzukriegen. Alles klar. Verstehe. Muss ich auch besiegen. Okay, erstmal nach rechts. Okay. Also dieses Fortbewegungsprinzip ist schon krass. Die müssen alle sterben, kann das sein. Okay. Okay. Noch der eine. Nee, zwei noch. Nein. Frech. Aber ich muss erst nach rechts und dann wieder zurück und dabei alle töten. Alles klar. War ich eigentlich auch so schade? Nee. Ich lasse mal ihn hier weg. Mal ihn weg. Nee, den lassen wir mal. Ah, okay. Hat sich erledigt. Hey, jetzt ist es war knapp. Nee, der linke soll ich schießen, bitte. Das ist noch der eine, oder? Da, drüben. Uh, alles knapp. Okay. Wo ist das denn? Müsste sich ja auch unter mir theoretisch sein, aber Wir machen ja immer unter mir zu Ja Oh, da ist ein... okay So, was müssen wir hier machen? Ich denke mal die 200 Tote schaffen wir heute auf jeden Fall noch voll Geh weg mit deinem Äh, ja Oh, man darf nicht nach unten drücken Ihr seid doch echt wahnsinnig, ey Okay, verstehe Okay Okay, dann muss ich eine andere Seite nehmen Ah, ich dachte ich könnte das wieder umgehen In den Boden kannst du aber auch nicht Wo es stehen bleiben Boah, böse Boden Oh, ich bin level gestiegen Da können wir doch gleich nochmal was leveln Ähm Fähigkeiten zähl mir auf der Karte angezeigt So Warum nicht? So Das ist jetzt noch unten Das müsste auch wieder unter mir sein Wie komme ich jetzt zurück? Was ist hier Ach ne, hier war nur... okay Bitte nicht schießen Oh, hier gehts noch nach rechts Oh, wait Ziehen wir weiter nach runter? Ach Wie komme ich jetzt hier zurück? Aber, so nicht Nicht springen Ach Das ist übel hier, ey Warte mal kurz bis die Anzeige unten voll ist Um nochmal zwei Lebenspunkte zu holen Nochmal zwei Lebenspunkte zu holen Ey, macht mir keinen Stress Okay 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 Okay, du mal dennoch Ich hoffe mal, das ist wichtig Oh, da ist ein Hebel Ich habe ja gar nicht gesehen Ah Ah I see Auch mit dir So So Find ich das da oben, ja Find ich das da oben, ja Hoch jetzt mit dir Aber, hä? Das müsste ja ganz hoch Okay, so wird das nix Okay, so wird das nix Ach doch Hm, sonst komme ich ja da links gar nicht lang Weg mit dir Weg mit dir Weg mit dir Wo war mal nächsten Stein? Wie viele sind das hier insgesamt? Wo war das jetzt? Wo war das knapp? Oh Gott War das jetzt unter mir oder war das? Ich guck mal unter mir Oh, da habe ich jetzt links hier frei gemacht Mal gucken Oh, da habe ich da lang Habe ich da lang? Nein Oder muss ich jetzt da oben lang? Oh Gott, hier hat man echt keine Ahnung wo man hin soll Geht's auch nicht lang Dann geht's auch nicht lang Mach mal hoch Da ist auch zu Da ist auch zu Hä? Rechts haben wir jetzt ja alle Müssen jetzt eigentlich noch links machen Oh Oh, da habe ich weg Nur nachgucken Und hier ist dich Hier war mal schon, oder? Ja Ja Das war frech Ich geh nochmal ganz hoch Ruhig Beruhigt euch Alles easy Ach, nach links geht's hier noch Haaa Hier geht's weiter Ja Da muss ich mich da unten Warte mal Hey, ohne die Feder würdest du hier gar nicht vorwärts kommen Ah, ich glaube ich verstehe Ja, ja, okay Verdammt Muss ich wieder den Weg gehen Ich glaube ich hab's verstanden Nein, ich bin hängen geblieben, verdammt Und nochmal Ah, da schau's dir gar nicht so schnell Ah, damme Boah, da schau's dir gar nicht so schnell Aber knapp Ah, verdammt, bin ich hochgekommen. Das ist echt hart. Oder warte mal, ich bin doch doof. Warum gehe ich nicht unten lang? Weil es nicht geht. Hm. Moment mal, wenn ich das jetzt nach rechts fahre. Nein, ich hab's doch auch nicht. Hä? Hä? Das check ich echt nicht. Ich glaub, dafür bin ich zu doof. Das kann man doch gar nicht schaffen. Das kann man doch gar nicht schaffen. Nee, dafür ist man auch zu langsam. Aua. Check's nicht. Echt. Ah, zu kurz. Jetzt. Oh Gott. Das war eine schwere Geburt. So, wieder zurück. Und nach unten. Hier war der Stein. Das war doof. Das ist ganz schön gefährlich da an der Stelle. Hey, du Arsch. Oh, ich hatte diese Viecher, echt. Das dreht sich dann der Strahl. Ernsthaft? Das ist ja übel, wenn wir den da weg machen. Oh, schnell rüber. Warten wir bis nach einer Runde. Aber ich kann nicht mehr speichern, ey. So, jetzt aber schnell. Schaffen wir es jetzt, oder? Ich klebe auf Nummer sicher. So. So. Nee, Steve, no. So. 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 da war ich zu tief genau in den Stachel haben wir schon 200, ne achte noch schlafen wir noch boah übel, echt übel das ist ein Arsch frech hochziehen so, letzte jetzt, oder? das geht nicht kaputt, ok gehts noch nach oben, ne geh weg ok, das war jetzt nicht so schwer wie das eben boah, was jetzt? sagtest du auch, dass das passiert? gut ah schade boah das ist viel zu schnell die da, boah kommert kommert ich hoffe mal, ich muss ja, ich speier ja eh mal nicht ok, das ist noch nicht zu Ende hier ja ist das gemein, du kannst dich auch nicht festhalten, wenn du Schaden kriegst boah ey das ist übel mies hier ey was soll ich denn hier durchkommen? ey, hau mal fällt mal hier jetzt ich muss den Schaden definitiv einstecken, um durchzukommen ich brauche jetzt du brauchst jetzt die 4 jetzt die 4 5 das das die die wie Hey. Ist klar. Jetzt haben wir's geschafft. Das Rückweg ist ja schneller als hin, ey. Ich will zurück, oder? Ja. Und nun, ne? Nach unten. Ach, putz. Sollen wir dann mehrere Gegner hier besiegen, ja. Oh, was hält denn der aus? Ah, okay. Mit seinen eigenen mach ich mehr Schaden. Die müssen auch sterben, wa? Oh, zu kurz. Gut. Aber dann wahrscheinlich auch nur einen Treffer. Ich will da hinkommen. Gut. Oh, da muss auch noch einer. Ja geil. Wow, ich bleib nicht zäh... Nee, oder? Boah, ey, ist das lächerlich. Schon ein bisschen lächerlich hier. Ja. Na los, komm. Ich treffe nie. Was? Er hat mir sechs Health abgezogen. Ey, das ist... Langsam finde ich's ein bisschen lächerlich. Kann auch nicht speichern, ey. Natürlich. Kann man echt nichts mehr sagen dazu. Du bist gedreht schon auf. Ich muss die nicht mehr alle killen. Boah, ey. Frechheit. Links oder rechts? Ich geh erstmal rechts. Kürzer. Oh, geht. Geht nicht weiter. Geht's jetzt hin? Ich glaub wir haben's geschafft, oder? Das Element der Wärme ist zum Greifen nahe. Wenn die Elemente wieder hergestellt sind, können wir die Folgen hierher machen. Und dann können wir die Zorn rückgängig machen. Ja, dann macht das. Wo war's jetzt? Wow. Was ist das für Feuer? Ach, was ist das für Feuer? Wie ist das für Feuer? Hammert! äh recht vor Ich war noch ein Wasser! Oh von vorne, echt jetzt? Das finde ich nicht so geil in dem Spiel. Nimm doch das Ding! Ach, Mann! Oh! Ach komm schon! Ey, dass er auch nicht speichern kann! Natürlich! Na ja, spring nicht! Ne! Ach Leute, echt! Jetzt wird es echt lächerlich! So langsam steigt der Frust, echt! Ja! 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 Die Stille ist so dumm jetzt. Das war knapp. Ein Treffer und ich bin down. Jawohl. Wunderbar, das heißt gleich wieder vorbei. Oh man, ey. Natürlich. Natürlich. Wo stehen die Lampe? Wo ist er? Wo ist er? Wo ist er? Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Oh, der letzte Kind Oh, die Eule löst sich auf. Okay, krass. Haben wir sie in dem Kind gerettet? Oh, die Eule löst sich auf. Oh, die haben das Ei mitgenommen. Und es schlüpft. Oh, das scheint es gewesen zu sein. Ja, was soll man zu dem Spiel sagen? Es ist bockschwer. Ja, es sieht verdammt gut aus. Es macht auch Spaß. Aber man muss sich darauf gefasst sein, sehr oft zu sterben. Ja, und wenn ihr mich im zweiten Teil auch leiten sehen wollt, dann schreibt mir. Ich würde, wenn ihr wollt, dann den zweiten Teil auch noch spielen. Und zwar heißt der Ori and the Will of the Wisp. Gut, ja, das war mein Let's Play zu Ori and the Blind Forest. War ein großes, spannendes Abenteuer. Ich verabschiede mich. Würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Stream oder Let's Play wieder einschaltet. Bis dahin, haut rein. Euer Doomsday bei DGV. Bis dahin, haut rein. Bis dahin, haut rein. Bis dahin, haut rein. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020